Kalkwerk erkennt Produktregelverstoße und meldet diese in Form von Warnungen und Fehlermeldungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine kleinere Leistung eingebe, erhalte ich eine Warnung, so ein roter Balken und die Fehlermeldung heißt, Motor zu klein, minimale Größe muss 180 sein. Oft jedoch erhält man Warnungen, die aber kein Fehler sind, wie zum Beispiel hier, wenn ich den AT wähle, kommt hier auch wieder ein roter Balken, in dem Fall ist kein Klemmkasten da, das ist allerdings kein Fehler, sondern diese Baureihe oder diese Produktreihe kommt standardmäßig ohne Klemmkasten. Wir haben es auch bei einem Kunde so gemacht, dass wenn man ein Produkt hat, das keine Artikelnummer hat oder wo die Artikel nicht von dem Warenwirtschaftssystem kommen, war es auch mit dem roten Balken, weil hier ist unbekannt, ob der Preis noch aktuell ist, weil viele Teile in dem Warenwirtschaftssystem waren die Teile immer auf dem aktuellsten Stand, die Preise, Gewichte usw., aber Sonderteile, die nicht im Warenwirtschaftssystem drin waren, die Preise davon waren unklar, sind die noch aktuell und so, deswegen war hier eine Warnung, das heißt, prüft bitte, ob das alles stimmt und hier ist genau dasselbe, der Anwender, wenn der Anwender weiß, dass diese Teile ohne Klemmkasten kommen, ist okay, wenn er es nicht weiß, dann wenigstens hatte ich eine Warnung und kann immer noch jemand nachfragen oder Rücksprache mit jemandem halten und fragen, warum die Situation so ist. Auch eine andere Warnung ist hier, wenn ich jetzt ein ATE nehme und Baugröße 800, dann kommt diese Warnung, nicht geprüft. Hier auch, wo gilt diese Norm? Für das Angebot, das ich jetzt gerade erstelle, gilt die Norm? Wenn ich das weiß, okay, dann kann ich diese Warnung ignorieren. Wenn ich das nicht weiß, auch wieder hier, kann ich Rücksprache halten mit jemandem und fragen, ob das okay ist. Der Sinn der Warnung ist so, dass man diese oder irgendwelche Fehler vermeidet, bevor man das Produkt anbietet bzw. produziert.